Harry Potter und der Gefangene Ich habe gerade schon ein paar Testaufnahmen gemacht und der da hinten hat die ganze Zeit gelabert, deswegen habe ich jetzt nix von keinem Bock mehr darauf. Aber irgendwie ist es ziemlich laut wieder im Hintergrund, kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ständig diese Lautstärke zu hoch ist. Effekt-Lautstärke, das beinhaltet natürlich leider auch die Sprach-Lautstärke, das ist das Blöde. Die Umgebungsgeräusche und die Sprache hochzustellen, ist halt scheiße. Naja, was soll's. Ähm... Ja, es kann weitergehen mit dem nächsten Part. Ich habe jetzt die letzten Parts, die ich aufgenommen habe, alle schon hochgeladen. Natürlich noch nicht freigeschaltet, weil, wie gesagt, das wird erst passieren, wenn ich während des Umzugs kein Internet habe. Ähm... Wollte ich gerade in den Laden oder was wollte ich tun? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas machen kann in dem Laden. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass ich da gerade rein wollte. Da kann ich nichts mehr machen. Damit kann ich nichts machen. Nein, nicht alle. Einer reicht auch. Hallo Aurora! Hallo Aurora! Aha. Elasto! Wollte ich schon sagen. Hui! Hallo Aurora! Okay, und ich habe sogar für diesen Part ein Thema, das ich ansprechen möchte. Vielleicht schaffe ich das ja auch, das über zwei Parts hinzuziehen. Nein, Quatsch. Äh, aber es ist ein Thema, über das ich wirklich sehr ausgiebig reden kann. Und, äh, zwar... Warte kurz. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. 15 nur? Wie schlau hab ich denn? Warte kurz. War das denn nicht mal ein Schmuckstück? Ja, danke. Irgendwie habe ich gerade Hunger auf Kuchen. Drei Stück... Okay, hat sie erledigt. Ich war hier schon. Und zwar ist das Thema... Äh, der Kinofilm, den ich mir gestern zusammen mit meinen Freunden angeschaut habe. Und... Nein! Ich wollte dich doch gar nicht ansprechen. Na gut, was soll's? Warum nicht? Gib mir her. Aber jetzt ist es gut. Und zwar war ich gestern im Kino für den letzten Hobbit-Film. Die Schlacht der Fünf Heere. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme kennt. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt, ähm... Herr der Ringe kennt. Ich hoffe mal, dass ihr Herr der Ringe kennt. Denn... Es ist einfach eine mega Bildungslücke, wenn man Herr der Ringe nicht kennt. Nein. Ähm. Glaubt mir nicht, das ist Blödsinn. Aber ich muss schon sagen, so... Ich bin einfach... Harry Potter ist so das, womit ich aufgewachsen bin. Und Herr der Ringe kam dann später in meiner Jugend dazu. Und hat mich auch sehr geprägt, muss ich zugeben. Und jetzt kamen halt eben die Filme, wo die Hobbit... Äh, das Hobbit-Buch verfilmt wurde. Ich kannte das Buch vorher nicht. Also ich hatte keine Ahnung... Wartet mal, welche Passwerte hab ich denn eigentlich? Ach, das hier hab ich sogar. Bauchnabel. Ja, hallo? Würdest du bitte aufgehen? Bauchnabel. Danke. Ähm... Ich hab die ersten beiden Filme auch im Kino gesehen. Und... Ähm... Muss zugeben, dass ich schwer begeistert von den Filmen war. Vielleicht auch, weil ich das Buch einfach nicht kannte. Ich kannte so im Groben die Geschichte, weil mein Mitbewohner mich halt aufgeklärt hat, worum es in dem Buch so geht. Aber ich, ähm, kannte halt den Ausgang der Geschichte nicht. Er selber hat sich davon jetzt noch das Hörbuch geholt und hat sich das vorher angehört. Hat sich quasi damit selber gespoilert, weil er das Buch halt vorher auch nicht kannte. Und dann jetzt aber wusste, wie die Filme ausgingen. Und, ähm... Naja, ist ja eigentlich egal. Jedenfalls, ähm... Habe ich festgestellt, dass ganz, ganz viele Leute, die das Buch kannten und jetzt die Filme gesehen haben, sich wahnsinnig aufgeregt haben. In erster Linie darüber, dass zu sehr in die Handlung des Films eingegriffen wurde. Ich meine, ich fand das am Anfang schon schwierig, aus einem Buch drei Filme zu machen. Aber sie haben es tatsächlich sehr gut umgesetzt, finde ich. Und, ähm... Ich muss sagen, ich gehe davon aus... Wie gesagt, ich kenne das Buch immer noch nicht. Ich werde es mir aber auf jeden Fall durchlesen. Das ist gar keine Frage, weil... Es interessiert mich jetzt schon wahnsinnig. Gute Sache, was man hier alles findet. Ähm... Also, wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall holen und werde es mir noch, äh, durchlesen bei Gelegenheit. Einfach weil mich die Story jetzt dann auch wahnsinnig interessiert. Ähm... Warum reagiert hier eigentlich nie was? Oh, ah! Oh, hier ging es weiter. Ich dachte schon, jetzt reagiert wieder irgendwas nicht. Ist ja nervig. Und, ähm... Es wurde sich sehr stark darüber auf... Ich hoffe, ich spoiler jetzt hier keinem. Also, wer die Filme noch nicht gesehen hat... Ähm... Vor allem dem letzten... Ja, ist halt scheiße. Ich will hier drüber... Ich will gerne drüber sprechen, aber ohne irgendwem jetzt größer Spoiler. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hä, hä, hä. Ich kann ja mal versuchen, etwas allgemeiner zu machen. Also, es haben sich unheimlich viele darüber aufgeregt, inklusive mir. Ich fand das auch schrecklich, dass in diese Geschichte eine Liebesgeschichte reingepackt wurde, die da eigentlich nicht hingehört. Ähm... Es ist... Im Herrn der Ringe... Ja, die... Äh... Liebesgeschichte zwischen Aragorn und Arwen gewesen, die da wirklich vordergründig war. Das fand ich aber auch in Ordnung, denn die gehörte dahin. Und die war auch in den Büchern so vorgegeben. Das Problem an dem Hobbit war jetzt allerdings, dass da eine Liebesgeschichte drin war, die da absolut nicht hingehörte und die da auch einfach gar nichts zu suchen hatte. Und, ähm... Das hat sowohl mich als auch viele andere aufgeregt, weil ich bin ja wirklich nicht... Ja. Aha, okay, warte ganz kurz. Ich muss mal eben gucken. Im zweiten Stock, ja. Bin ich doch richtig hier. Oder? Wo bin ich denn hier? Hm. Ich weiß nicht. Erster Stock. Ups. Ich hab in der Bibliothek geschlafen, bis dieses monströse Buch den Laden durcheinander brachte. Wieso schläft man denn in der Bibliothek? Das ist ein Sack. Also wie gesagt, das war einfach eine Geschichte, die da nicht reingehörte. Selbst ich, die das Buch nicht kennt, hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass diese Geschichte fehl am Platz war. Und wie gesagt, ich bin ja nicht wirklich ein Fan von Liebesgeschmülse. Und wenn so ein schöner Film, so ein epischer Film vor allem, dadurch kaputt gemacht wird, ich fand's nicht gut. Ich fand's wirklich absolut nicht gut. Aber, damit will ich nicht sagen, dass der Film nicht gut war. Der Film war phänomenal. Alle drei Filme fand ich richtig gut. Als ich den ersten gesehen hab, war ich schon hellaauf begeistert. Hab wahnsinnig lange dann... Also was heißt wahnsinnig lange, aber ich hab unheimlich drauf hingefiebert, dass der zweite Teil endlich erscheint. Und hab mich auch wahnsinnig befreut, als ich dann endlich für den zweiten ins Kino gehen konnte. Den zweiten fand ich schon mega cool, einfach wegen dem Drache. Der Drache war einfach das Highlight von dem zweiten Film. Jetzt im dritten sagt sich ja schon die Schlacht der fünf Heere. Ich fand diese Schlachten wirklich unglaublich episch. Ich hatte manchmal... Ich hatte wirklich richtig Gänsehaut teilweise. Weil ich das so wahnsinnig cool fand, wie die das einfach umgesetzt haben. Also Peter Jackson war ja der Begriffe, kommt das ungefähr hin? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gott, bitte lass mich nichts Falsches sagen. Jedenfalls Ich muss ein wahnsinnig großes Lob an den Regisseur aussprechen. Ich will mir auf jeden Fall noch mehr Filme von ihm anschauen. Einfach weil ich merke, wie wahnsinnig... Ja, immer noch. Einfach weil ich merke, wie wahnsinnig gut er solche Filme umsetzt. Und es ist wirklich der erste Film seit... Okay, Moment. Natürlich doch nicht. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt fünf Karten. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber... Ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Ah ja. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut und ich kann wenigstens ein bisschen weiter erzählen. Dieser Film... Das sind überhaupt nicht zu viele Blödsinn. Okay, man. Okay, es werden immer mehr. Das ist das Nervige. Okay, das ist dasselbe Prinzip wie bei den Wichteln. Ich glaube, ich erzähle danach weiter. Ich muss mir nur merken, wo ich stehen geblieben war. Der erste Film seit Jahren. Der erste Film überhaupt. Ist egal. Man muss ja gar nicht alle Karten besiegen. Aber es ist wieder das mit diesem Greifen daneben, den wir... äh... voll genug. Okay, eine noch. Oder? Och Ron. Was kannst du eigentlich? Natürlich waren wir klasse. Ich bitte dich. Okay, also Ron hat auf jeden Fall einen Schokofröschling gebraucht. Komm zurück. Und weiter geht's. Das war jetzt dann Nummer... Wird jetzt Nummer 3. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sieht zwar so aus, als würden sie schaubern, aber sie richtig was treffen tun die auch nicht. Oder? Fülle ich mir das nicht ein? Also ja, sie treffen schon, aber ganz am Ende, wenn die Karten dann auf uns zukommen, dann treffen die nicht mehr. Okay, das war Nummer 3. Zwei Stück brauchen wir noch. Wartet mal ganz kurz, ich muss das doch irgendwie leiser stellen können hier. Okay, mein Gott. So. Hä? Nein, das ist immer noch so laut. Aua. Okay, ich glaube, das hängt mit der Militlautstärke zusammen. Aber die kann ich ja nicht noch weiter runterquellen, weil dann habe ich sie ausgemacht. Okay, die Effektlautstärke hat damit nichts zu tun. Jawoll. Also versuchen wir es noch einmal. Oh. 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 Okay, wir stecken ganz schön ein gerade. Hier ist man. Das ist das Letzte. Siehst du? Hermine macht einfach gar nichts. Die schafft es nicht, diese Seiten zu treffen, wenn die auf sie zukommen. Aua. Oh, die sind aber auch wahnsinnig schnell geworden, in diesen Seiten. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe es noch nie geschafft, in diesem Spiel zu sterben. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt auch nicht. Das wäre peinlich. Okay, kommt schon. Ne, da haben wir noch was geschafft. Aua. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich habe es tatsächlich das erste Mal geschafft, in diesem Spiel zu sterben. Holy shit. Hey, das sieht lustig aus hier. Okay, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht ganz von vorne machen. Aber daran merkt man wieder, dass die KI nicht ganz so ausgereift ist, wie ich es mir eigentlich erhoffte. Das war vielleicht von mir auch ein bisschen blöd, gleich so viele auf einmal anzugreifen. Ich sollte die anderen beiden den ersten Eindruck ausführen lassen und selber den letzten ausführen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Jetzt kommen nämlich immer nur noch mehr auf uns zu und das können wir am Ende dann kennenlernen. Okay, wir haben es geschafft. Ja. Aber ich finde es auch schade. Es geht gerade um ein Buch, mein Freund. Mensch. Ich liebe Bücher. Okay, wir haben den Kartensatz zusammen. Ich würde mir dann ganz gerne die Karten einmal ansehen. Welche waren das denn jetzt? Die Hexen wahrscheinlich, oder? Oder die Zauberer? Ach, das sind wieder zehn. Hier, die Hexen waren das. Baba Yaga, Mittelalter, Daten unbekannt. Russische Waldhexe, die in einer Hütte mit riesigen Hühnerbeinen lebte, aß Kinder zum Frühstück und angeblich auch zum Mittag und Tee. Oh, ist ja sehr charmant. Malodora Grüm, Mittelalter, Daten unbekannt. Verbarg ihre wahre Waldhexengestalt mit einem Schönheitstrank, heiratete einen König und stärkte ihr Selbstbildnis mit einem Zauberspiegel. Wurde eifersüchtig auf die schönste Frau im Reich und gab ihr einen vergifteten Apfel. Ja, Schneewittchen. Die kennen wir ja. Cordelia Misericordia, 1298 bis 1401. Gesandte der Waldhexen beim Treffen des Zaubererrats im 14. Jahrhundert. Ich muss mal ganz kurz auf die Zeit achten. 16 Minuten. Old Mother Hubbard, Mittelalter, Daten unbekannt. lockte streunende Tiere in ihre Hütte und ließ sie verhungern. Letizia Somnolens, Mittelalter, Daten unbekannt. Gehässige Waldhexe, die neidisch auf die Königstochter war und dafür sorgte, dass diese sich an einer mit einem Trank des lebenden Todes präparierten Spindel stach. Ein junger Zauberer, dessen Lippen mit einem Mega-Power-Trank benetzt waren, küsste die Prinzessin und erlöste sie. Das ist eine sehr nette Interpretation der Dornröschen-Geschichte. Somnolens finde ich einen coolen Namen eigentlich, gerade weil Somnolens so viel wie, ja, es ist so eine Art Vorstufe des Komas. Ich glaube, das ist irgendwie ganz cool, wenn man so den Zustand, in dem Dornröschen sich befand, damit beschreibt. Okay, hier habe ich aber, glaube ich, auch noch ein paar neue. Beatrix Bloxam, 1794 bis 1810. Schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Die Bücher riefen Übelkeit hervor. Achso, die kennen wir ja schon. Gründete die Gesellschaft zur Reformation von Waldhexen. Das ist jetzt... Cool, das ist doch die bucklige Hexe, von der eine Statue in Hogwarts steht, oder? Okay, die kenne ich aber, glaube ich, alle schon. Ja, die kenne ich alle schon. Was haben wir hier? Ah, da haben wir auch neue. Manticore. Manticore. Dieses seltene und gefährliche Tierwesen summt leise, während es seine Beute verschlingt. Sein Stich führt zum sofortigen Tod. Wenn ich Manticore höre, muss ich immer irgendwie an das letzte Einhorn denken. Weil irgendwie so... Als das Einhorn damit in diesen komischen Zirkus mit den ganzen anderen Viechern gefangen, war, da wurde ja so ein alter, klappriger Löwe mit einem Zauber zu einem Manticore gemacht. Das muss irgendwie, muss ich da immer dran denken. Ich weiß nicht, warum. Okay, aber das war's, glaube ich. Und dann würde ich sagen, bin ich trotzdem nicht zum Zauberkunstunterricht gegangen und habe das Thema auch noch gar nicht komplett abgehakt. Aber bin halt schon wieder am Ende von diesem Part angelangt. Und ich würde sagen, so ein kleines bisschen kann ich dann tatsächlich im nächsten Part noch darüber quatschen. Für den Fall, dass ihr den Film schon gesehen habt, würde mich mal interessieren, wie fandet ihr die Filme? Habt ihr vorher das Buch gelesen? Und wenn ja, fandet ihr die Filme genauso schlecht, wie alle anderen immer sagen? Ansonsten würde mich einfach mal eure Meinung interessieren. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, das würde ich wirklich sehr interessant finden. Und ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wie immer unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!